Hokus, pokus, Krötenei, weiße Wolke, rasch herbei, zieh herauf und reiße auf. Ligula, Lagoli, nimm den Lauf. Ich bin einen ganz normalen Regenhexen, das kann doch nicht so schwer sein. Sie haben dich schon wieder nicht auf den Blocksberg eingeladen. Du mit deinen 127 Jahren bist einfach noch zu jung. 127 Jahre, zwei Monate und 22 Tage. Und wenn ich heimlich hinfliege und bevor es hell wird, bin ich längst wieder zu Hause. Ein Kinderbuch-Klassiker, der Generationen verzaubert hat, kommt nun endlich auf die große Leinwand. Caroline Herford ist die kleine Hexe. Nicht schlecht für den Anfang. Demnächst im Kino. Jordan Sowlervereine will ich wieder auf die Herberger feel? Heische Frau, Peter, zwei Monate und Jahrhundert.